Marie oder vielleicht Lala. Ah, echt? Wie bist du mit ihm zusammengefahren? Der war einfach bei der Gärte-Zeremonie. Ah, möchte ich noch. Lotus Haar mit der Pelzen. Das klingt ein bisschen anders. Das klingt großartig. Nee, ich habe gar keine Hände von ihr. Das ist ja kein Hände. Es sind halt viel weniger und dann sind wir auch dazwischen. Ich muss die Rüge. Ich auch. Und der ist auch schöner, weil ohne die sind da. Ja, es ist jetzt viel. Ja, der ist ganz schöner. Ja, dann... Noch mal sehen, vielleicht kommt eine andere. Eine bessere. Ja, die drehen sich. Schon gut, ne? Ja, also die sind erstmal so mit dem Background und dann wenn du diesen Halt greifst, ne? Also ohne Kreif, jetzt kann man einen Preis zeigen, mit Personen rein, dieser bleibt dann zu dem Kasten. Aber wir haben auch gar nicht so viel, weißt du? Also gar nicht so viel Metall, was ist das? Nein, wir werden so zusammengebunden und was er machen muss, ist eigentlich dieser Rahmen. Also das ganze Dings. Kannst du aufhören zu machen? Das ziehnt sich nicht. Hast du auch keine Mitte dabei? Ja. Machen wir es ganz schön warm, dann kriegt das mehr Energie. Okay. Ja. 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 Das war's für heute. Auch die andere Tür. Jetzt warte kurz. Von nun an nichts mehr reden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Amen.